Was war Stickies für mich? Stickies. Hm? Ich hab drei Stück. Ah, Redstone irgendwo. Das da oben. Hab ich auch Stickies. Oh, viel Redstone hab ich nie. Ähnliche Mutter. Ja, Redstone ist doch der meistverbreitete Erz in History, würde ich sagen. Kann sein. Wirklich? Na doch. Ich brauch Stickies. Ich baue jetzt mal etwas, was mir lohnt. Ich dachte, du willst das bauen. Nee, du hast gedacht, du willst das bauen. Ich wollte das nicht bauen, ich hab nur gesagt, ich hab welche. Ich mach mal grad ein Dingens. Ich baue grad mein Haus ein bisschen. Ich brauchst die Gies. Ich brauchst die Gies. Ich brauchst die Gies. Ach komm, passt der Tisch. Ach komm, passt der Tisch. Okay. Jetzt muss ich ein Dingens учignal sein. Ich warst, die ich nicht nur genau sage. Ich mach mich. Ich mach das. Ich mach das. Ich mach das. Ich mach die Gies. Ich mach das. 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 Ch Tex. Ich mach das. Ich mach das. Ich mach das. Man ist alles schon am Braten hier. Ich glaube nicht mehr, dass ich so viele brauche, deswegen machen wir mal den hier. So. So. Ich warte bis die Steine hier gebraten sind. Jens? Ja? Ja? Kannst du dann ein bisschen Farmen gehen? Was Farmen? Wald und Eisen. Ja gleich, wenn ich hier fertig bin. Ich muss eben erwarten, bis die Sachen gebraten sind und dann würde ich da hinten noch einen Zaun bauen. Oder eine Mauer um die Tiere. Warum willst du die denn nochmal einmauern? Du hast ja auch schon eingezäunt. Weiß ja nicht. Habe ich irgendwie Bock drauf. Warum nicht? Ja. Habt ihr eigentlich Bock drauf, oder? So. Und eben. Ah. So. 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 See? So. stationed CAP Okay, bekommst du ja, für 42 Goldbahnen bekommst du auch 42 Schienen, obwohl du für eine Schiene sechs Goldbahnen brauchst. Du kriegst halt sechs Schienen dann auch. Sechs Goldbahnen ist aber auch hart, ne? Wie viele Schienen können wir uns damit jetzt nur machen? Hm? Wie viele Schienen können wir uns jetzt damit nur machen? Gar keine mehr. Ich hab die jetzt alle gebaut. Wie klar hast du rausbekommen? 42 wie gesagt. Okay. Ich hab mal so einen schönen Balkon gemacht. Boden muss nur noch kommen. Kann man sich auch schön hinlegen, ne? Oder hinten sitzen. Müsst mir nur gleich mal eure Koordinaten sagen, damit ich weiß, wo ich hin muss. Mit dem... Underground Palace hier. So ist der U-Bahn. Oh, willst du mal nach oben kommen, Jens, ne? Kannst du mal meinen schönen... Ne, ich komm jetzt sofort. Kann man ja schön bewundern, ne? Ja, ist echt ein sexy Ausblick. Aber halt nur noch der Boden ist halt nur noch aus. Ey, ja. Ne, muss ich noch verbessern. Eben noch zehn Steinchen verbrennen, dann komm ich. Deine Bude ist einfach wirklich nur so ein Quadrat, ne? Ja. Oh. Äh, Mann. Richtig geiles Quadrat. Naja, aber was anderes kann man ja auch nicht machen. Wenn man die ganze Fläche benutzt hätte. Und ich hab ja die ganze Fläche benutzt. Klar kannst du ja was anderes machen. Klar. Ich sag ja nix, ja? Guck mal was ich gebaut hab. Das sieht auch scheiße aus. Sieht aber besser aus, als das was ich gebaut hab. Mit ich. Ja, okay. Ein Quadrat ist sowieso immer anders mit den letzten aus. Wenn, ähm, finde ich, sollte das Quadrat auch so aussehen wie hoch aus. Ja, dann muss das mega hoch bauen. Dann sieht das dann auch einigermaßen okay aus, wenn du da Fenster so ne scheiße einbaust. Aber so wie das jetzt aussieht, finde ich, sieht das ganz schön komisch aus. Oh. Ich kann aber auch nix. Kann auch nix. Ja. Ja. Wo sind wir denn gerade? Auf welcher Höhe? An die Höhe geht's. Weiß nicht, wenn wir jetzt da sind, dann kann man gerade raus. Du, das heißt, ich brauche keine Power-Schienen, wenn es da bergab geht. Das ist das Gute. Doch, brauche ich wohl, dich Idiot. Ja, du lachst, aber du weißt gar nicht, warum ich die doch brauche. Ja, ne. Eine Reaktion einfach. Braucht die nämlich zum Bergauf fahren. Ficke. Hey, ich muss hier bauen. Ja, ist ja gut. Wir meistern nicht bei der Arbeitsstörung, ich verstehe schon. So, gucken wir mal. Ist fertig, sehr gut. Moment. Ja, aber ich kann dich ja mal fragen, Jens. Wo bist du? Moment. Komm jetzt. Ich bin auch in Leons Lager. Dann werde ich mal fragen, was du für'n Boden da empfiehlst. Ich bin unterwegs. Ich seh schon, ich komme gleich, glaube ich, in meine Redstone-Ding rein. Ja, was ist Redstone? Achso, wenn die hier von... Oh, da musst du aber auch ganz schön aufpassen, oder? Ja. Gibt's da mittlerweile einen Aufgang? Einen Aufgang? Ja, zu deinem Haus, wie man da hochkommt. Nee, da gibt's halt... Tja, die... Die Leiter. Die Leiter halt innen drin, aber... Sind schon nicht so optimal. Ja, ich wollte ja auch das Dingens machen. Mit dem... Also mit dem Aufzug, aber den... So wie ich den machen wollte, gekloppte ich nicht. Wo ist die Leiter denn? Die... Bei der Mine. Und jetzt? Das ist wie hier... Oh... Ja, wie weit muss man denn gehen, ne? Huah. Da kommt nicht jeder rein. Nur wie AP-Member, oder? Ja, das sind nur Leute, die... Mega lange Leiter auch klären können. Das stimmt. Ja, das ist aber in echt... Das ist glaub ich echt... Ultra anstrengend. Ja, da kriegst du aber auch nicht muckis, ne? Ja, da kriegst du aber auch nicht muckis, ne? Ja. Geil, geil! Das sind eben seriöse Dinge. Ja... Ich bin echt bei der Redstone-Linie angekommen. Ich kack mir in die Wuchse. Nun, äh... Hier... Das sieht sogar... Geil aus, finde ich. Ja, vor allem mit dem Sound finde ich das hier so seriös. Man kann sich hier so hinlegen... Das sieht geil aus, aber das... Wenn du hier reingehst, äh... Ja, ich weiß. Das sieht auch scheiße aus, aber trotzdem... Kriegst Augenkreis. Aber was würdest du für einen Boden empfehlen? Boah... Weiß nicht. Du hast ja schon das Weiße für die Stühle benutzt, aber... Das kannst du nicht nehmen, ne? Können... Wo weiß das geil wär, wenn da drunter... Er hat genau zwei da drunter... Aber da... Aber da... Man sieht ja leider nicht so viel. Weil wir da drunter... Ja, das stimmt. Boah, das ist ja voll die geile Idee gewesen, ne? Also, ich würd keinen Stein oder Holz nehmen. Das ist eine Kathekis-Landschaft bei mir, ne? Was würdest du nehmen? Kein Stein oder Holz. Ich würd irgendwas... So was hier... Hättest nehmen, oder so. Wolle. Haha. Ja, aber wen? Ja, ne, aber wot denn? Den Boden kann ich ja nicht mehr mit Quarzblöcken machen. Vor allem, ich hab ja auch noch einen einzigen. Wenn ich das jetzt hier so mache, sieht irgendwie kacke aus, oder? Ah, that's it. Muss er ausprobieren. Guck mal, was ich grad eben rausgefunden hab. Wenn du da rausguckst, ne? Guck mal, da ist so ein Kies-Penis. Guck mal, da ist so ein Kies-Penis. Guck mal, da ist so ein Kies-Penis. Meinst du mit dem Schnee drauf, oder was? Ja, mach der. Das sieht aber nicht aus wie ein Penis. Das Ding da. Ja. Ja, das seh ich. Das sieht aber nicht aus wie ein Penis für mich. Doch. Das sieht so aus. Wie so ein richtiger... Wie so ein richtiger Hand... Wie so ein richtiger Kanzel. Wie so ein richtiger Prachtschwingel. Ja. Das sieht... Ne, komm, ey. Ich weiß nicht, womit ich das machen soll, Mensch. Guck ich mir mal die zweite Etage an. Die ist noch nicht fertig. Klasse, Gwevel, ne? Schon mal Wind? Ne. Gut. Gravel... Ich dachte, du liebst Gravel hier unten über alles. Ja, nicht wirklich. Nicht wirklich. Ist natürlich ein bisschen heiß. Oh, was... Er wird getrolled. Ich seh mich trolling. Getrolled. Oh, wenn der PS-Maniator in der Scheiße ficken. Schönern, schicken Farm. Ich geh immer näher hin. Oh, hier ist ja Lehm hier unten. Oh, scheiße. Oh, jetzt weiß ich glaub ich, womit ich den Boden machen kann. So richtig geilen Ziegelstein noch. Ist sogar ordentlich... ...Lehme. Leck mir meine Puppe zur Schmacko-Fatze hier. Oh, jetzt muss ich wieder neue Schienen bauen. Wie bauen wir denn Schienen? Denk mal einfach mit Stickys und Eisen, was? Also... So eine Schienenverbindung zu Jens kann ich schon machen. Also die hab ich gleich fertig. So schnell schon? Ja. Wieht der Tunnel auch seriös aus? Nee. Oh Gott, zeig noch Rammischkiste. Wo sind eigentlich die Melonensamen? Bei mir in der Kiste. Oben. Ganz oben im Lagerhaus. Ja. Okay. Okay. Mein Glückschwitz hat er schon fast kaputt. Und wenn wir das Lehm hier braid... ...tonen kann ich mal... ...das Feld... ...schonmal machen. Also... Ja.